Leck Leck, so, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sitz-Player an diesem wunderschönen guten Morgen! Moin! Mit diesem wunderschönen Support-E-Tro Habe ich mir bei Amazon bestellt Er hat's... Hey was macht dieser Fede? Der Fede will in seinen Jungle rennen Ja, natürlich will er in seinen Jungle rennen Will hessische Fallen legen? Ja, ich will hessische Fallen legen Ich glaube, dieser Fede verlangt, dass ich für ihn pulle Nee, jetzt mach die Kassion Kannst du mir aber auch bevor du dann... Ja, okay Miep... ah nee, Jepp Ich kann schon nicht mehr lesen Oh no, no... Oh no... Flash for the win Er will dann wirklich drüber flaschen Nee, Miss... Flash, Gang Mhm Flash! Ahhhh... Ich hätte lieber schlafen gehen sollen, dass du sterben auf Arbeit soll Nein! Ach so, auf Arbeit Ist mir egal, ob du auf Arbeit stirbst oder nicht Mimus hat Spawn In Cape Spawn Na, ein Glück sind sich Spawn Ich glaube nicht, dass die Kassion für ihn pullen will, oder? Doch, die wird gleich kommen Und wann mach ich das? Das ist ja kein Ding End-Piebe-Peta B-Peta B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-Oh... Ah, jetzt geht's wieder... Okay, und Blue-Warf kommt, los, du kannst das! Ja, das kommt jetzt aber alle überrechter Viertel, oder? Ja, ja, klar. Viertel ist ein relativ starker Jungler, also von der Sustain her. Ein bisschen Drain. Also, da bin ich... Also, alles Tart ist schon mal da. Jetzt wissen wir aber noch nicht, was... Ich muss den anderen Busch aufdecken. Ne, nein, 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 dann tu es nicht! Tu es nicht! Wenn da alles da ist, der wird dich fielen und dann wird er dich auslachen. Fick dich alles da! Ja, oder Nareno hat was. Ade Carry. Ja, leider. Ich habe Spaß daran gefunden, den anderen und den Arsch zu rissen. Was ist los? Ich hoffe, den hat man endlich gehört. Ich habe zu einem abgerissen. Oh, Fenster! Zum Glück zock ich direkt am Fenster, ja. Gut zu wissen. Hau damit zu sein. Oh, ach, die spielen oben doppelt. Alles das alleine. Los, mach ich kaputt. Geh mal full drauf. Ja, alles das alleine. Ich spiele oben zu zweit. Geh mal full drauf. Na, okay, Exhausten hättest du jetzt nicht müssen, aber... Oh, doch. Einmal. Warum spielen die oben doppelt? Also, ich spiele die oben fit und panthia. Ja, das bedeutet, wir müssen hier unten richtig Party machen, weil... Volibert wird das halt nicht ewig durchhalten können. Oh, doch. Das ist unsere Todesküche. Aber du hast trotzdem Worn gehen, weil... Mach ich, mach ich, mach ich. Der... Der... Phil... Ja, genau, Shaco. Shaco hat einen D. Aber ich glaube, gegen Shaco hätte ich eher den Pink Ward stellen können, ne? Ja, ne, noch nicht mal. Der kann sich ja nicht da oft umsichtbar machen. Diese Kuh! Und schubst du mich an den Tower rein, ne? Ja, aber bringt dir halt nichts, ne? Ich mein, du hast dich nicht angegriffen. Hat sich ja immer verloren. Ich will doch nicht doofen greifen an, wenn er an seinem Tower steht, ja? Oh mein Gott, ey. What a Pro-Skills, ja. Da dachte er, er flasht dich und... Und hau dich in den Tower rein. Aber nicht mit dir. Dann dachte ich, halt, stopp! Ich bin doch auf Level 10, ich hätte Cleverance mitskillen können, ja? Ja, hättest du. Joot. Joot, Shaco's Mitte, okay. Also, ich mein, oh, ich glaube ich... Sorge, ich hab zwei Kills gespielt. Ja, ich hoffe, dass es dir auch leid tut. Ja. Aber ich muss halt auch, wenn meine Gold-Items kommen. Hahaha. Boah, er heilt seine Minion hart. Ja. Ja, die Nightmare damit ewigst viel Last-Hits. Der Wichser. Fick dich, Kuh! Mo! Bam! Kau und der Bot-Lane ist too strong. So, ich fang jetzt die Kuh, pass auf. Wolltest du das? Weiß ich nicht. Pew! Pew! Kau und der Bot-Lane ist too strong. Wolltest du das? 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 Ja, Mann, ey. Anstatt was draus zu machen, naja. I'm so sorry. Ich mein, du würdest einfach mal schreiben können, irgendwie Top Miss, ja. Ja, ich mein, wusste halt keiner von uns. Top Miss Overrated. Aber oben wird jetzt der Viertel fallen dafür, ja. Ah, kommen die einfach mal zu dritt an. So lächerlich. So, ich kann ruhig mit zwei Erbungs. Ja, ich hab keine Kohle, um den 1. Gold-Einchen zu kaufen. Da hab ich nicht genug Kills gesiebt bei dir. Oh mein Gott, ey. Kommen die da wirklich zu dritt angeschissen? Ganz Zeit nur einer, ich hau die Kuh. Ja, den Ding Pantheon ist jetzt auch unten geblieben. Ja, soll ruhig bleiben. Schlimmer ist. Ich geb's erstmal, nee, ich geb's erstmal den Minions. Ja, klar. Wir gedrehen erst mal mehr Gold als Pantheon. Rolll 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 rolll. Beg mal den Busch, den Busch ist er. Oh, Pantheon. Jetzt hab ich meinen Headshot ready. Kommst du mal ran? Oh, Pantheon. Ich bade ihn, mal. Du bade ihn. Ja, niveau. Ja komm, schlag den armen Supporter! Nein, Fiddle! Du nicht nehmen, Kerze! Ja, Fiddle ist hier unten Ja, ja, lass auch ruhig bleiben Uh, daneben gesammelt Jetzt hat der Volibear oben unseren Alles Tart Ich will unser Alles Tart wieder! Ja, man hat gute Probleme damit Ja? Ja, dann wird alles gerade fertig gemacht Oh man Oh, unser Fiddle kommt Don't like the Fiddle Das Problem ist So, Fiddle Fiddle Unser Fiddle Bitte Ja Ja, er ist in die Falle! Ja! Wuhuu Wunderbar Schöner Gang So, ein Tau sollte noch mal bekommen! Ja, kriegen wir auch! Puh! Puh! Okay! Geh mir jetzt mal mein Gold-Item holen! Jo! Dazu noch eben eine Lame! Ja! Ich... Hätte mich ein bisschen zurückfallen lassen müssen Weil ich Angst vor Shaco hab! Ja, was ich... Ich... Warte vor... Warte vor noch eben! Ja, das ist... Safe! Ich hab irgendwie... Fiddle ist hier oben! Fiddle? Fiddle, 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 ja! Der gegnerische Fiddle? Der gegnerische Fiddle war da oben! Geh da nicht hin! Oh, doch! Ich glaube, wir haben den Busch gewartet! Ja, Pantheon ist auch noch da unten, ne? Ja, ja, ich chill, ich chill! były ganz lege von Boat Mischa! W-U-U-U-U, Phinnovonosor Stone! Oh mein Gott! F-tim dead... Idiot! W-U-Ua, auch Sp 그�ini... Dass du also die Minions... Minions, du... Guckst du dir an , you're dead this ... here's the Minions... Duuuu, it's my assist! Da ist sie! Ich hab sie halt nicht bekommen, sie war nicht... Das hält der Tower, die noch existiert. Ja, ja, das bringt uns ja nichts, wenn die Tower die existiert wird. So ärgerlich. Der Pantheon ist in dem Viertel her. Viertel und... Knapp ihn dir! Ulti, ulti, ulti! Du musst aufpassen. Piu! Was ist das bitte für ein Spiel? Das ist total konfus! Der Volli-Bear rügelt sich da oben immer noch mit unserem Ali-Star. Ja, der chillt. Kannst du mir mal Mana geben? Kann ich? Soll ich? Ich glaub, die haben sich oben fertig geprügelt. Ja, haben sie auch. Oh, ich hab den Ult. Optimal. Schau mal. Funktional. Funktional ist gerade mit Lame mit Annie. Ok, dann hauen wir hier die Mini-Wave-Fact, dann gehe ich nach Hause. Oh, Schoko! Wieso? Ah! Hol' ich mir einen BF und dann... Ja, hol' ich! Vor allem so lange der Ball hier auch ein bisschen... Ja, pass auf! Nicht, dass da noch jemand kommt! Ja, ja! Ich dachte schon! Keine Ahnung! Ich hab aber dazugelernt! Was macht der Pantheon da? Wop! Oh, Schoko! Oh, no! Ich hab... Wie war das? Du hast dazugelernt! Ja, kommst du weg! Haha, Schoko! Ja, der kam auf einmal aus dem Nichts, ja? Ja, das ist normal bei Schoko. Bödes Arschloch, ja? Pass auf wegen Pantheon, der war auch noch gerade in der Mittlang. Ja, deswegen bleibe ich erst bei meinem Tower, bis du wieder da bist. Ja, ich warte jetzt bis die Kassel... Weil... Ja, Schoko hält mich auch von meinem Creep fern. Ja... Oh, was machen die denn da? Und unser Dings ist auch wieder weg und ich hab keine neuen... ...keine Wards außer Pink Ward. Wir machen Dings, One. Ja, ja, ich seh's. Ich liebe Dings. Uh, uh... Wie viele sind da? Wie viele sind da? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie aufgehört. Oh, Fiddle ist da! Fick dich! Oh, ich hab grad übel zu Lags. X-Lags! Ja, fast. Ich hab noch Assists bekommen. Eigentlich wollte ich den Fiddle snipen, aber mein Ulti hat leider den Pantheon getroffen. So. So, jetzt geh ich mal kurz nach hinten. Ja, dann geh ich wieder fahren. So. Weil das Gold-Item nicht. Ich kaufe auf direkt neue Wards. Aber wir haben keine mehr. Ja. Rang-Ward wär echt nice gewesen jetzt. Ja, klar. So. Out of Gold. Meins. Uuh, bäh. Ob man jetzt mal wieder 2 Wards ist, weiß ich? Ja, 2 oder 9, Schatz. Mist! No, lo, 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 lo. No, lo, 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 tit! Oh mein Gott, dieses Spiel. Also allein die Situation in der Mitte mit dem Fiddle. Die hat schon gereicht. Oh, Wollibear prügelt sich wieder. Das ist halt der Kampf der Tiere. Wollibear- murst. Ali-Starr. Muku gegen Bärchen. Warum fahrtest du dich zurück? Nein. Okay. Kann nicht. Ich bin doch schon da. Was geht in der Mitte ab? Oh mein Gott. Ich geh kurz rum. Ah! Ah! Lol! Machen die da in der Mitte? Das war so lustig. Gegner, 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 Gegner. Ja, 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 weg da, sonst wird reinulten versuchen. Aber er ist nicht in meinen Falle gegangen. Also wieder... Hä? Das haben wir auf jeden Fall gesehen. Ich bin nicht... Ja, ja, ich hab ja nicht... Ja, da ist er. Die Lane gegangen. Piltrover of Peaceness. Boah! Was ist der Vettel von denen? Was machen das bitte? Ich hab das Bedürfnis rein zu ghosten und den Vettel zu silencen, ja? Weil das kannst. Einfach nur, weil das kannst. Aber ich hab Angst vor Chaco. Chaco ist gerade gestorben. Der müsste jetzt gleich respawnen. Ja, ist schon wieder da. Ich geh zurück. Hier können wir nix machen. Ja, ich hab nicht Rückfalls in Dauer. Ja. Weil wir können uns mal... Keine Ahnung. Ward setzen. Bei Dragon. Bei Dragon Ward. Da steht ein Ward. So richtig bei Dragon. An der Kante. Also ein Dings. Ein Pink Ward oder wie? Ne, ne. Einfach nur bei Dragon direkt warden. Direkt von den Cave. Lauf. Lauf einfach hoch. Nicht, dass da ein Vettel noch kommt und ich... kaputt machen möchte. I love this team. Not. Genauso. Damit wir all den Cave sehen. Falls sie den machen. Da ist eine Annie. Die ist aber zwei Länge über mir. Ist mir egal. Da ist ja auch mein... ...meine mega Reion. Und da ist ein... Hüh. Vorsicht, die hat einen Ulti-Stun. Die würde dich kaputt machen wollen. Und mit Pantheon kommt auch noch. Pantheon kommt auch noch. Hüh. Hüh. Ne ult. Pantheon ist meine Falle ge... Och, das ist ja low HP. Ich würde so gerne was machen. Ich glaube ich weiß was ich mache. Ich schieße einfach einen random. Oh 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 wow. Fuck yeah. Marion komm noch zu dir rüber. Fick dich. Fick du dich Chaco. Ja noch bekommen. Geil. Und den bekomm ich auch. Ich kann dir sagen, wie du das hier überlebt hast. Ich kann dir sagen, wie du das hier überlebt hast. Holololololololololololololololololololol. Ich werde jetzt den Jungle nur leer machen, es kann. Es kann. Ich gehe kurz wegporten. Willst du einen Hatt-Train sehen? Warum lässt er die Dinge stehen? Oh, warte mal. Du sagst es. Vergiss mal, dass sie mit streamen. Ach, ist doch egal. So, ich lass jetzt den Viertel vor. Der soll vieren. Und dann... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Rettet Cassio. Ging nicht wirklich was. Ah. Nein, nicht ich, nicht ich. Oh ja, Exhaust, f***t euch alle! Jetzt haben sie mich aufgegessen. Ah. Da rennt der Flipper Ripper, ja? Der Flipper Ripper. Okay. Soraka ist da. Toplane wird siegen. Pew, 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 pew. Ja, wenn der Holly immer was macht. Ja, dann wird schon was machen, glaube ich. Hoffe ich. Ich meine, er hat schon zwei Erboots. Okay. Ja. Ali ist da. Ali ist da. Oh mein Gott. Nein. Ihr habt alle überlebt. Da springt Pantheon hin. Hin die Cassio. Cassio. Get him. Boah, laut, irgendwie mein Ulti noch rausgekommen ist. Jetzt hab ich Coulon drauf, so ein Scheiß. Ah, ich hab einen Schuss drauf gemacht. Haha. Gleich mal weiter, Jungle. Pew, 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 pew. Neues Meta, Jungle Gate, then. Ja, ich meine, es müsste eigentlich rein theoretisch schnell gehen, weil ihre Passive geht ja damit, wenn sie im Busch steht, dann bekommt sie schnell ihre Headshots. Ich hab alle drei Schüsse in meinen Headshot. Ich muss mal drag machen. Wir zwei, nur du und ich. Das wird ja richtig romantisch. Ja, das wird ja richtig romantisch. Ja, richtig romantisch. League of Legends, Latvian Porn. Ja. Warker und Catelyn Gwild. Und Tiddlestick hält die Kamera. Pew, pew. Ich muss... Oh, Schakko. Schakko, Schakko, Schakko. Pew. Oh, Solo Schakko, sweet. Ja. Vielleicht mal noch ne Fall hinlegen. Ups. So. Was tun wir jetzt? Ich würd gerne unten fahren. Ich geh unten fahren. Oh, hallo Schakko. Schakko, Schakko, pew. Das ist nicht Schakko. Och. Ich hab leider keine Ultimates, sonst würde ich ihn umwichsen. Ich bin so silent, ja. Na, pass auf. Das ist eine Annie. Das ist eine Annie. Sie ist... Barely meanie. Ach, so. Ich stell mich noch mal zu meinem Kumpel, Schakko. Ich... Und dann? Dann geht's ab. X. Okay, go Schakko. Do it. Come on, Schakko. I know you can. Come on, Schakko. I know. I know you can. Come on, Schakko. Schakko. Schakko? Fiddle. OH! WHO IS HEADIN? WHO IS HEADIN? WHO IS HEADIN? Oh, der ist tot. Hi. Best Fiddle Slot, ja? Oh my god, dieser Schakko. Dieser Backdoor Schakko. Er wird mich so umwichsen in one on one. Ich sag's dir. Der Team hat einen großen Schakko. Ich suche es nicht. Der Team hat einen schönen Schakko. Ich denke, ich schaff den Weg vom Heiden. Den weg vom Heiden zu. Und dann? Oder? Wenn du mit dem Weg vom Heiden zu fliegen hast. Ich habe den Pfingstabend rein. Damit ich aber nicht mehr habe. BAM! Und da fällt die Kuh, fällt die Kuh? Ich weiß nicht. Nee. Ach, Volli-Bär, mach doch einfach den Hauer kaputt, ja? Oh mein Gott, der Bär stirbt. Ich geh jetzt... Counter-Junk. Ah nee, Charco war ja gerade mit Red Buff unterwegs. Richtig. Das heißt, ihr Red Buff wird nicht da sein, aber ihre Golems sind da. Das heißt, ich boxe jetzt. Oh, Annie ist gefeadet. Das heißt, ich muss sie töten gehen. Irgendwann mal. Ihre Golems machen, ich, äh, Push-Tower. Piu, Piu. Oh, das macht Spaß. Power-Fullsch mit Loraca. Oh, Schakko, 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 Schakko! Das ist kein Problem. Ich boxe ihn hier um. Bam! Bam! Oh, Schakko. Oh, Schakko. Ich weiß nicht. Der, der jetzt eine Ultimate ins Gesicht bekommt. Schau, gleich. Ich hab keinen Unions-Ready. Ist mir scheißegal. Oh, die Minions habe ich umge- Boxt. Ah! 300 Schaden. Genau in dem Moment kam der Dings wieder ready, Mann. Ah. Jetzt bin ich traurig, ich bin gestorben. Mein Leid. So, push ich jetzt weiter? Nee, du solltest die Wanner weggehen. Die sind nämlich, oben sind nämlich alle weg und stehst nur noch ganz alleine da. Guckst du, da kommt schon Annie. Die wollte den Tibberts auf dich setzen. Und nicht umbringen. Tibberts? Ja. Es geht rund. Yeah. Awesome attack speed, awesome lifestyle. Ich werde euch alle umwichsen. Ich fand's aber auch schön, dass der Pantheon es nicht geschafft hat, mich zu stunnen, bevor mein Ulti draußen war und somit Schakko gestorben ist. Redduff ist da. Ich kann dir sagen, warum der dich nicht stunnen konnte. Das erste, was er bekommen hat, war ein Silence, womit er nichts mehr machen konnte. Dieser Fantheon. So silenced. Das machen wir da hinten. Der Ripper Ripper, ja. Ok, wir haben gerade den. Du hast ja noch dein Pink Ward. Ja, bei Byron, genau. Oh, 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 hier ist Fiddle 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 Fiddle... Heiling, heiling, heiling. Töte ihn, los, töte. Ahhhh, f*** euch! So dead! Oh! Any Tibbabs drop? No more Tibbabs! No more Tibbabs! In dem Bus! Los! Vielleicht kommt da wieder der Viertel vorbei! Ich geh mal nach hinten! Ich komm jetzt bestimmt gleich vorbei weil die denken wir machen nachschau Und? Und? Kommt jemand vorbei? Komm schon! Muss nicht mal vorbeikommen! Unser Viertel verrät uns! Ahhhh Dieser Jäger! In der Mitte ist ein gegnerischer Viertel den wir uns holen können! Los! Los! Ja, ich geh aber erst Baron Warden! Ja, mach das! Ich hab grad Heal raus! Ich hab grad Heal raus! Ich hab grad Heal raus! Pass auf! Ja, ja! Ja, ja! Eine Sekunde! Piu! Boah! Oh, Finnel! Und Pantheon! Achtung! Pfff! Oh, viele Leute! So many people! Pfff! Pfff! Ahhhh! Sind sie halt Eilers! Der ist einfach getauert, Alf, ja! Ja! Pfff! Moles! 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 Moles, please! Oh, und jetzt kommt nur der Wer! Hm! Ich hol mir mal die Dings, die... Die, ähm... Zweier Wut! Wie heißt das? Ha? Schieß los! Ja, welche mit Bullorn Reduction! Ja, genau! Würde ich mir auch holen, in dem Fall! X-Step Chorillia! Klingt gut! Aber erst mal... Neue Warts! Was macht unser Wer? Okay, unser Viertel ultet! Bum! 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 Alter, wir kommen Tower! Ja! Kieser Fiddle, ja! Er rastet einfach komplett aus! Ja! Ich seh's! Er eskaliert in die Meute hinein! Ja! Woh! 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 Wir sind immer eine Hexe von mir! You guys are retarded! Okay... ...ich weiß es. ...10 Gold! Danke, Chaco! Jehhh... Ach nö, der geht sich wirklich auf K. Das wäre ja langweilig. Ping, ich hab den Mapman. Äh, mit G. Also das ist ein Tension-Pap, äh, ping. Und mit V machst du ein Retreat-Ping. Also. Oh Gott, Annie, Annie, Annie ist böse. Annie macht Auer. Annie droppt Tibber. Oh, 50 Gold! Yeah, Tibber ist tot. Jetzt können wir eigentlich Farron machen. Ja. Ja, mein Wort ist doch gerade ausgelaufen. Go, tank it. Tanky Fiddle? Ja, natürlich Tanky. Direkt, oh. Äh, wieso tank ich hin, finde ich uncool. Damit ich wieder ein Grund habe, dich zu heilen. Nee, 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 nee. Ha, 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 ha. Barron so dead. Jetzt gehen wir mal ein bisschen… Ackball. Tick 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 tick. Tick tick tick. Ninja-Style. Da ist ein Chako! Hi, Chako. Hi, Chako! Hi, Chako! Tschiii! Ach menno! Das ist hin! Wo? Hier unten! Ich hab kein Ultimate mehr! Piu! Hahaha! Ich gegengekillsteelt! Oh Pantheon! Hi Ad! Oh, hi Annie! Diese arme Annie! Da ist eine Kuh! Äh, wo lauf ich hin? Da oben ist eine Kuh! Seht ihr die Kuh? Äh, alles klar! Annie ist so dead! Oh! Jetzt erstmal zurück! Lass ihn, Jaco! Hey, ich geh nicht zurück! Hi Fiddle! Hi Fiddle! Neeeein! Das ist meiner! Aaaaaah! Wer wollte meinen Baron Buff haben? Wer? Der Baron Buff ist nicht übertragbar! Der Pantheon! Der Baron Buff ist nicht übertragbar! Ach so! Äh... Nein, aber... Weißt du, ich stehe ja gemütlich... Ich bin ganz... Ohne den Hintergedanken, einen Torrent bei dem zu machen! Da hast du Surrender! Und er ultiert halt einfach in mich rein! Haha! Ja, er wollte dich töten, weil du aufgeregt steigst! Aber ich bin einfach ganz ruhig rausgelaufen, hab ihn gesilenced, hab ihn ausgelacht! Alles klar! Der Etro! Mit seinem mächtigen Level 10 Account lacht da Leute aus! Wach 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 wach! So! Also dann! Bis zum nächsten Mal würde ich sagen! Und der Etro wird auf jeden Fall noch ein paar Matches dabei sein! Das ist immer lustig, gegen so Lowes zu spielen! Ich mein... Wer waren jetzt wahrscheinlich alle so zwischen 25 und 30? Alles 26, bis auf einer der war 27! Ach du guckst gerade! Ja, okay! Dann passt das ja! Bei uns war C-Sign 30, unser Cassio war 30, der Viertel war 28! Und du warst 10! Unser Flipper Ripper war 16! Okay! Alles klar, weiß ich Bescheid! Also dann, bis zum nächsten Mal! Tschö tschö!